Also, Gentlemen, für den Coup brauchen wir ganz spezielle Autos. Zunächst was Flinkes, Kompaktes. Dein Job, Albert. Kali organisiert ein Allround-Auto. Du, Luigi, sorgst für einen Wagen mit großem Kofferraum. See, Professor. Mai Tai, du kümmerst dich um was Rasantes. Hi! Und du, Bruno, darfst das Fluchtauto besorgen. Ja, fein, Boss. Mit Platz für uns alle. Ein Polo, ein Flotterpfotzer. Den kenne ich, das ist der Wolf. Eine Jetta, Kofferraum riesig. Venschi Loco, Flotterl-Spoltwagen. Wo bleibt Bruno bloß? Er kommt schon noch. Ich glaube, ich höre was. Habe die Ehre, Herr Professor. Platz ist genug, Boss. Ist der Passat von... Ich weiß, von Volkswagen. Volkswagen, da weiß man, was man hat.